Nikon überrascht uns auch nach dem Launch der Z6 III noch. Die nächste neue Analogkamera von Rollei steht in den Startlöchern und soll ziemlich teuer werden. Und Topaz Photo AI 3 ist im Angebot. Lasst uns über all das reden. Und damit heiße ich euch natürlich herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Fotografics News. Mein Name ist und bleibt auch weiterhin Benjamin Lux. Und ich habe vor der Aufnahme einmal auf den Abo-Counter unseres YouTube-Kanals geschaut. Und dort sehe ich 926 Abos und glaube, ich muss nächste Woche langsam aber sicher einen Kuchen backen. Mein Versprechen war ja bei 1000 Abos etwas Köstliches zu kredenzen. Also gebt kurz vor Schluss noch einmal Gas und klickt auf Abonnieren. Wer aktuell auch wirklich Gas bei Aktionen gibt, ist unser Sponsor Fotokoch. Euer und unser Partner für Fotografie und Videografie hat nämlich nach den Fototagen letztes Wochenende direkt eine neue Sofortrabattaktion gestartet. Bis zum 13. Juli sind dabei verschiedene RF-Objektive der L-Serie reduziert. Der Preisnachlass liegt bei bis zu 250 Euro und kann auch kombiniert werden mit anderen Canon-Auktionen. Alle Infos findet ihr wie immer über den Link in der Podcast- oder Videobeschreibung. Nikon überraschte letzte Woche mit einer weiteren Ankündigung. Nachdem nämlich die Z6 III für durchaus gemischte Meinungen gesorgt hat, sollte das neue 35mm f1.4 ein bisschen weniger kontrovers sein. Denn es ist lichtstärker und günstiger als die aktuelle 35mm Festbrennweite für den Z-Mount. Nikon hat mit dem 35mm f1.4 ein neues Objektiv vorgestellt, das allerdings nicht in die S-Linie eingereiht wird, die bei Nikon ja für die höchste Qualitätsansprüche steht. Ganz spannend, damit ist es auch nicht die lichtstarke 35mm Festbrennweite, die seit einiger Zeit auf Nikons offizieller Roadmap zu sehen ist. Wollt ihr bei der Qualität also auf keinen Fall sparen und braucht eventuell noch eine Festbrennweite, dann solltet ihr eventuell noch auf das Modell der S-Linie warten. Aber zurück zur Neuerscheinung. Das Nikon Z35mm f1.4, so der ganze Name, kostet nur 729 Euro und wird aus elf Linsen in neun Gruppen konstruiert. Dabei wiegt sie 415 Gramm und ist knapp 9 cm lang. Ein STM-Motor soll zudem für einen schnelleren und leiseren Autofokus sorgen und erfreulicherweise ist das Gehäuse gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet. Ebenfalls erwähnenswert sind ein klickfreier Einstellring, neun Blendenlamellen und eine Naheinstellgrenze von 27 cm. Falls ihr gerne mit Filtern fotografiert, das Filtergewinde misst 62 mm. Los geht's dann ab Mitte Juli und um euch das Warten noch ein wenig zu verkürzen, empfehle ich euch Marks Meinungsartikel zur neuen Nikon Strategie auf Fotografics. Denn darin findet ihr ja erst einmal heraus, dass es sich beim neuen 35mm f1.4 nicht um einen Rebrand eines anderen Herstellers handelt. Gleichzeitig spekuliert er über die neue Aufteilung zu 35mm Festbundweiten für den Z-Mount. Echt lesenswert und ich will an dieser Stelle nicht alles vorwegnehmen. Also Link gibt's natürlich wieder in den Shownotes. Für weitaus mehr Stirnrunzeln sorgt ja die Verfügbarkeit von Dritterstellerobjektiven für den RF-Mount. Und endlich hat Sigma jetzt das 18-50mm f2.8 DC DN aus der Contemporary-Serie für Canons APS-C Systemkameras präsentiert. Für den E- und den L-Mount gibt es das 18-50mm ja schon seit einigen Jahren. Für Canon-Nutzer fasse ich jetzt aber noch einmal das Wichtigste zusammen. Mit APS-C Crop beträgt die Brennweite ungefähr 27x75mm. Dabei genießt ihr eine durchgehende Offenblende von f2.8. Das ist wirklich praktisch. Die Variante für Canons APS-C Modelle ist mit 300g zu denen ein wenig schwerer als die älteren Modelle des Objektivs. Die Abmessungen bleiben aber mit etwa 7x7,5cm angenehm kompakt. Das Filtergewinne misst 55mm, die Naheinstellgrenze liegt bei 12cm und preislich müsst ihr mit 549€ rechnen. Hier gibt es also keine Preisunterschiede, nachdem Sigma den Preis für die anderen Varianten vor einiger Zeit ja ein wenig erhöht hat. Nutzt ihr eine Canon-Systemkamera mit Vollformat-Sensor, dann will ich noch einmal auf die Folge von letzter Woche hinweisen. Denn in einem Interview gab es leider die Info, dass Sigma aktuell keine Objektive fürs Vollformat plant. Mehr Infos gibt es in der letzten Folge, die ich euch hier oben links, äh hier oben rechts meine ich, äh auf YouTube verlinkt habe. Nachdem letzte Woche die Pentax 17 als neue analoge Halbformat-Kamera erschienen ist, gibt es jetzt weitere Infos zur nächsten neuen Analog-Kamera. Diese wird unter der Marke von Rollei vertrieben, dabei aber vom Hongkonger Unternehmen Mint Camera entwickelt. Jetzt ist klar, dass die Rollei 35 AF für 849€ verkauft wird und auch, dass der Vorverkauf am 10. September 2024 startet. Optisch ist sie dabei recht stark bzw. identisch an die legendäre Rollei 35 angelehnt, bekommt aber zumindest funktional einige Neuerungen. Während die originale Rollei 35 über einen manuellen Zonenfokus verfügt, spendiert Mint der Neuauflage einen Autofokus, der über einen LiDAR funktioniert. Dabei handelt es sich um eine moderne Methode zur Abstandsmessung, die unter anderem bei Produkten von DJI oder auch den Pro-Modellen der aktuellen iPhones von Apple zum Einsatz kommt. Ebenfalls modern, aber vielleicht nicht so wirklich sinnvoll, die neue 35 verfügt über ein winziges OLED-Display, in dem verschiedene Infos angezeigt werden sollen. Das fest verbaute 35mm Objektiv bietet eine Blende von f2.8 und anders als bei Pentax nimmt sie klassische Fotos auf Kleinbildfilmen im 35mm Format auf. Zusätzlich zur Kamera hat Rollei einige Analogfilme mit in den Online-Shop aufgenommen. Mit Preisen ab 6,99 Euro für den Super-Pen 200 oder den Retro 80S geht es hier ziemlich günstig los. Fotografiert hier gerne analog könnte sich einen Besuch im Rollei-Shop also auf jeden Fall lohnen. Allerdings, kleiner Dauner, eventuell handelt es sich jeweils um Schwarz-Weiß-Filme. Wo ich mir ziemlich sicher bin, Sonys nächste Analogkamera wird wohl eher keine Analogkamera. Die Seite Sony Alpha Rumors will jetzt aber erfahren haben, dass Sony am 10. Juli eine neue Kamera vorstellen wird. Und dabei soll es sich um die ZV-E10 II handeln, also eine eher preiswerte Vlogging-Kamera. Diese soll den 26 Megapixel-Sensor der A6700 bekommen. Viel mehr technische Infos gibt es aber in der Gerüchteküche noch nicht. Sobald ich mehr weiß, lasse ich es euch in Fotografik-News natürlich wissen. Zum Ende dieser Ausgabe noch einen kurzen Produkthinweis. Die Fotosoftware Topaz Photo AI 3 ist aktuell reduziert. Dabei bekommt ihr einen kleinen Rabatt in Höhe von 20 US-Dollar auf die Software, wenn ihr die Lizenz für die Installation auf zwei Geräten kauft. Mit inkludiert sind dabei kostenlose Updates für die nächsten zwölf Monate. Worum geht's bei Photo AI? Die Software hat sich in den letzten Jahren als echt beliebtes Werkzeug für das Entrauschen, Schärfen und Hochskalieren von Fotos etabliert. Wie der Name verrät, setzt der Hersteller dabei auf KI-Funktion. Interessiert euch das weniger, gibt's zurzeit auch bei DxO, Affinity Photo und Lumina Neo Rabatte. Alle Infos gibt's über den Link in den Shownotes. Unsere Shownotes sind generell ein Tipp, wenn ihr Lust habt, noch mehr über Kameras, Objektive und Co. zu erfahren. Fotografix-Magazin.de ist dabei die Adresse, die euer Fotografenherz ganz sicher höher schlagen lässt. Ich an dieser Stelle verabschiede mich, freue mich auf die Kuchenaktion nächste Woche und wünsche euch ein neues Wochenende, ein schönes neues Wochenende, ein schönes Wochenende. Trinkt ausreichend, ich bin auch schon ganz mit Schugge. Bleibt nicht zu lange in der Hitze und damit würde ich sagen, auf Wiederhören. Beideein. Untertitelung des ZDF, 2020